so meine freunde dann herzlich willkommen zurück zum minecraft gestrandet rewind ja hier steht das häuschen von dem lieben macmanius oder beziehungsweise häuschen kann man es ja nicht nennen das soll ein tempel werden und ja die an und der gorubai die kommen glaube ich auch noch gleich dazu und wir können ja schon mal anfangen dann 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 da so wo war ich denn überhaupt stehen geblieben hier beim bauen warte mal ich kann euch ja mal noch ein bisschen musik hier an machen nebenbei nicht so laut dann muss ich noch was anderes ganz schnell gucken und zwar brauche ich noch ein was das war es nicht so gut so wo waren wir stehen geblieben und zwar ich wollte hier noch ein bisschen bauen ihr seht das ist auch schon alles ganz gut vorangekommen ich überlege gerade hier in meinen kisten müsste eigentlich ja sie habe ich das heißt ich möchte mir mal echt ein kleines feld anlegen dazu bräuchte ich aber allerdings mal ein paar eimer ich habe einmal mit wasser das ist schon mal gut den schnapp ich mir erst mal ach so ja genau den titel im spiel noch ändern so aktualisieren ach da rein die gar nicht immer mitdenken würde wo ist er denn der alte sack jetzt hier so was der gorubai ist auch schon da sehe ich gerade so mal gucken wann sich mr gorubai entmütet ich war auf jeden fall stehen geblieben ich wollte mir hier noch ein bisschen ein feld anlegen dazu bräuchte ich noch eine hallo mann hallo gorubai ha 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 na alles klar bei dir ja auch ich freue mich unglaublich sehr dass du jetzt hier dass wir ein bisschen jetzt hier gestrandet spielen ein bisschen gestrandet ja ich freue mich auch ganz doll das ist hallo an alle zuschauer bei manus ja da freuen sich auch wir sind hallo hallo streamst du nebenbei auch ja oh super dachte mir kommen machst du an ach komm mir machst du an wie bei csgo ne auf jeden fall machst du an scheißhacks wie mache ich das jetzt hier am besten aber ich habe eine super idee ich brauche nämlich ein feld lieber gorubai ein feld ja der maggie ist ja echt am verhungern ich kenne das das ist ein scheiß projekt irgendwie so ja so standard minecraft voll kacke ja keine geilen sachen keine geilen mords kappel stone stone hole oh ja ich gehe jetzt aufs ganze oder ich gehe einfach bei ande klauen die hat auf jeden fall ganz viel wenn du wenn du über ihr feld läufst und das nachpflanzt dann darfst du glaube ich auch ernten ja ich weiß das ist ja das schöne an der sache das ist ja kein diebstahl wenn man es nachpflanzt oder darfst du machen auf jeden fall ich überlege nur gerade wo ich hier mir so ein wunderschönes feld anbaue ich überlege eigentlich theoretisch könnte ich mir hier so ein paar hängen die gärten hinbauen aber dazu bräuchte ich natürlich erstmal erde so und erde ist hier glaube ich nicht so das problem meinst du ich glaube wir haben nicht genug erde hier es ist nicht viel guck da ist doch erde creeper hat mir gerade welche abgebaut ok und ich weiß auch nicht was lobius schon wieder vorhat da baut schon wieder so eine hässliche hütte hier das geht schon wieder über keine kuhhaut er hat so einen großen palast da oben gebaut das problem ist er wir kriegen jetzt alle augen krebs wegen seinem scheiß haus hier schon wieder war ja direkt hier uns schon wieder mit dem kack hier ach der lobby schlimm hallo gamer michi mir geht es gut und wie geht es dir geht es auch gut heute ist der samstag ne ey das ist komplett richtig ey das ist hammer cool samstag kommt die anne auch anne kommt auch aber sie muss sich erstmal schminken wie so ein clown hat sie gesagt muss ich wieder hübsch machen ja okay du weißt das ja auch immer bevor du auch anfängst zu streamen musst du dich daraus mal schicken ja ja deswegen hab ich mich auch extra nicht rasiert das ist ja aus wie so ein alien das soll eine mode sein habe ich gehört ja so drei tage wart auf jeden fall ist ja zurzeit total im das ist das der letzte schrei ja das drückt die unglaubliche männlichkeit die du besitzt aus habe ich auch gehört deswegen trage ich das auch so ja ach ehrlich ja ja das finde ich cool so paar tage bad ist immer drin ein paar tage bad was baust du eigentlich schönes hier ich mache gerade mein feld hier aber ähm ähm hast du irgendwie ein konzept was du genau baust für ein haus oder irgendwas ich baue ein haus ich habe hauptsächlich ganz viel wolle benutzt mhm ach warte mal stimmt du hast äh ist das das haus aus wolle dieser viereckische kasten ja ah da war ich letztens ach ich glaube bei dir habe ich sogar das ganze weizen geklaut hast du weizen vor deinem haus ich habe weizen ja ja da habe ich alles abgebaut und habe das neu angepflanzt genau ja das ist auch okay wie war es das ich habe mir gedacht der Goro hat eigentlich nichts dagegen ja der Goro kaum und außerdem bis er wieder da ist ist das ja eh nachgewachsen eben ich sehe aber gerade dass mein haus nicht ausgeleuchtet ist das ist nicht gut ich habe Skelette hier drin das ist das ist auch nicht gut das ist echt wie scheiße das ist doppelt nicht gut so weil ich werde mir jetzt hier ich versuche äh eine Tempelanlage zu bauen eine Tempelanlage ich habe ja die große das das große Ding gesehen was du da schon planiert hast sozusagen ja das das ist das wird quasi so ein äh dieser dieser Vorreiter meines Tempels ok meiner Tempelanlage ja also das wird ganz groß äh ich hoffe es ich weiß es natürlich nicht ich habe mir doch gerade nicht das erste Mal Brot gebacken oder? aber in so einem Projekt muss man sich große Ziele setzen sonst weiß man ständig nicht was man bauen will äh soll ach du kannst ja wenn du wenn du erstmal anfängst mit so einem mit einem Haus dann dauert das ja schon seine Zeit so auf jeden Fall definitiv wenn man nicht gerade so viel spielt wie Lobius ne? äh der suchtet das wohl wieder hier ja woher soll er sonst diesen großen Palast haben? ja das stimmt natürlich so wir können natürlich jetzt nebenbei auch ein paar Fragen direkt äh weil das ist ja so ein ähm man kann sagen gestrandet Rewind ist ja eigentlich so der Hintergedanke dass es ein war es jetzt die Anne gerade? ja ja ah hi Anne hallo ich habe jetzt gerade hier äh meinen Titel noch voll falsch ge- äh ach egal wie auch immer ich wollte dich nicht unterbringen sorry äh ne ich wollte nur gerade sagen gestrandet Rewind ist ja so ein bisschen so ein Community FAQ das muss man ja dazu sagen und das heißt wir könnten ja jetzt hier dadurch dass wir gerade streamen bietet sich das ja voll an einfach ein paar Fragen beantworten ähm die uns die Community die jetzt gerade live dabei ist äh einfach stellt ganz genau und da habe ich schon eine und zwar was hörst du oder ihr privat für Musik? Uff ja ne dann haut mal raus das ist eine gute Frage eigentlich höre ich ja es hört sich immer so doof an aber man hört halt wirklich alles also so durch die Bank weg die Charts höre ich immer aber Indie Rock ah Indie Rock okay ja so Indie ja das ist ja schon speziell von daher ja das ist schon speziell also das finde ich am geilsten aber ich höre auch so also was halt so im Radio läuft hm 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 das so schön äh 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 ja ähm und du Manus ähm ich höre auch eigentlich also querbeet durch die Charts gefällt mir eigentlich alles ganz gut beziehungsweise höre ich auch sehr gerne äh guten Haus Elektro Das ist ja dann schon speziell, leider Ja, aber ich höre mir zum Beispiel auch ganz gerne so ein bisschen Rap an und sowas, oder Hip-Hop und so Booty Shake, Ass-Twerking und so, nee Und ja Nö, ja, also doch schon so eigentlich alles Aber Twerking dann auch? Ja, das gucke ich mir dann eher an Achso, ja, das ist auch okay Gäh? Wieso steht denn da jetzt noch? Ich überlege gerade, wie ich das hier gestalte Oh, wer hat da dann so einen Turm gebaut? Das ist ja so das Schönste an dem Projekt, ne? Ja So zu gucken, was die anderen so zwischendurch bauen Hm, auf jeden Fall Wer baut da dann so einen Turm? Ich überlege gerade, wie ich das jetzt hier mache Ich finde, es sollte noch eine Regel hier für das Projekt mehr geben Welche? Es gibt ja die von wegen nicht klauen und nichts kaputt machen und ne? Aber ich finde, es sollte noch die Regel geben ein Schild an sein Haus zu machen wessen Haus das ist Das stimmt, ja Das könnte man machen Ich finde auch, wir sollten die Häuser dann auch irgendwie mal mit Wegen verbinden Also das ist zwar eh der Plan und sollte so gemacht werden, aber Da sind die ja schon gut bei Ja, das sieht so hässlich aus Ich hätte es am liebsten gleich wieder abgerissen Oh, Anderleggs ist gut auf, gell? Sofa Gaming hat da ja eine große Rute gebaut Ich habe da überall Schilder draufgestellt wie kack hässlich das aussieht Echt? Ich habe das mal abgeraged Wer hat es denn gemacht? Sofa Gaming Okay Böses Sofa Gaming Böses Sofa Die Abo Jetzt alle Shitstorm Gleich, sag ich, post gleich den Link rein Dann könnt ihr gleich Shitstorm So Boah, endlich habe ich das jetzt mal hingekriegt Heute habe ich echt irgendwie matschigen Kopf Bis ich das jetzt mal hingekriegt Achso, ob das hier mit den Wolken normal ist Ne, aber die kann ich glaube ich ausschalten Wo schaltet man die Wolken aus? Äh, Video Settings Über den Wolken Toll, das ist mein Stream wieder an Ich kann wieder nicht muten Er klaut's Gott sei Dank, ey So, jetzt überlege ich gerade Wie baue ich das jetzt hier Hallo Geist, Klops Und Klops, Geist Ich überlege eigentlich Ich werde ein bisschen was mit Zenstone hier machen Zenstone? Mit Zenstone Zenstone Oh, großer Zenmeister Ja, aber dazu brauche ich erstmal Zen Boah, Anne, ey Sag mal hier Willst du den Berg hier in Holz füllen? Oder was? Ah, bist du so zufrieden mit meinem Bau Mit meinem Bau Mit meinem Bau Ja, was ist denn jetzt? Bau Bau Bauweise Ah, Anne Ah, ne, warum Bin ich nicht Aber ich frag dir ja noch Ihm hast du noch gesagt Also ein Bevor Anne kam Hab ich abgelästert Ich weiß, ist klar Ach ja Da hast du doch richtig upgeranged Ja Das erste, was ich zu Goro gesagt habe Oh nee, kommt Anne etwa auch noch Man hat er mich schon ausgeladen, aber Ja Du hast dich dasselbe ausgeladen Ich hab mich gefreut Ja, da lacht sie so Da lacht sie so Und machen wir da Könnte ihm so passen Wer baut denn hier schon wieder in den Berg irgendwas rein? Lobius bestimmt Egal was es ist Lobius war es Oh, wer hat denn hier Hast du den Steinweg hier gebaut, Anna? Über das Wasser? Was soll denn das sein? So, was würde ich niemals tun Keine Ahnung Das ist der Rundgang Schon so vergänglich Direkt vor meiner Nase Ohne Witz Ich verstehe jetzt nur diese Bürgerinitiativen Die sich gegen die Windräder wehren An ihrem Horizont Guck dir das mal an Das ist ja übelst Wo führt der Weg hin? Der führt einmal rum Quark, echt? Man kann sich alle Häuser angucken Dieser Steinweg? Ja Wer hat den gebaut? Rutenplaner, Craps, Dadurch Und Chivy, Chivy Ich weiß nicht, wie man das spricht Genau, und die hat das gebaut Das ist ja Gras Willkommen, Craps Das ist Gras, ne? Ah, okay Willkommen Ach du Scheiße Was bauen denn die hier? Ach du kriegst Humor Okay Also hier steht bis jetzt Zwar nur eine Wand Aber die ist echt groß Ich hab da schon Fragen dran gemacht Oder was meinst du? Das wird die große Kathedrale machen Die große Kathedrale Das ist ja Gras Ne, das ist schon ziemlich Gras Ach, da oben geht's ja weiter Da steht noch eine Kirsche Sag mal, was haben denn die hier schon hingezummert? Achso, das ist die Kirche, ja Die Fassade ist Craps Das wird sein großes Anwesen Das ist ein Anwesen Dadurch hat irgendwie eine No-Work-Bench oder so Ja, da ist ja auch schon mal was, ne? Alter Gestern um 3 Uhr war ich auf dem Server Und da kam Dadurch online Wollt er nicht mit dir aufnehmen? Die Kirsche ist ja... Der wusste ja nicht, dass ich ja Ich war ja oft dann gemacht Also ich will ja nichts sagen, aber Aber? Aber? Aber, das ist die Kirsche ist echt heftig Heftig oder hässlich? Heftig Die ist ja gigantisch Anno, der Typ ist ja Schönheits-Rage Schönheits-Rage, ne? Ich kann auch sowas bauen, ja Schönheits-Rage, das ist jetzt so ein Ding, ne? Ja, Gott, die Musik ist auch wieder zu laut Ich bin nur am Ragen heute Bei dem ganzen Fußboden ist Wolle Äh, hier schwarz-weiße Wolle Immer abwechselnd Ja, das ist ja cool Wie, wie haben die das geschafft in der Zeit? Die müssen ja 200 Parts aufgesucht haben hier Projekt geht auch schon fast eine Woche Dann guck dir mal die Kirsche an Manche Leute spielen ja auch ohne, dass sie aufnehmen zwischendrin mal so ein bisschen Oder ohne, dass sie screamen Das sieht echt interessant aus Leck mich am Arsch, ey Übrigens, äh, bei mir und Gorobai Ausrufezeichen Multi für den Multi-Twitch-Link Ich weiß ja nicht, wie Manus das so handhabt Ne, ne, ich, äh, ich unterstütze niemanden Er möchte nur die Zuschauer für sich alleine haben Ich unterstütze niemanden Okay Finde ich gut Äh, ne, schickt mir mal bitte, ähm Hm, sei zu doof Schickt mir mal bitte den Multi-Twitch Kannst du's machen, Gorobai? Ja Nja 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 Das macht man nur mit der Anna Nur Gutes Nja, ich weiß nicht Ich hab nur das Beste verdient Du weißt, dass ich recht habe Nein, ich wollte doch die Goggle Goggle? So, ne, ich muss das doch im Nightbot ändern Wer geht wem hier an die Goggle? Ey, ich mach die Nightbot, wenn du nicht aufhörst Mach ich die Nightbot, Junge? Ey, mach ich Custom-Command, ey, verstehst du? Machst du Nightbot, ey? Äh, Multi-Twitch Und dann mach ich hier so Ein wenig hier klicken, ein wenig da klicken Anifu ist heute den ganzen Tag draußen rumgeturnt Und jetzt ist ihr kalt und sie ist fertig Ja Dann wärm dich mal schön auf zu Hause Oh, ich muss meine Tiere vermehren Seid fruchtbar und mehret euch Endlich hab ich keine Fleischprobleme mehr, äh, Nahrungsprobleme Fleischprobleme, ey Maggi, kannst du dein Haus ganz hoch bauen? Weil dann seh ich Lobis Haus nicht mehr Das wär nett Was habt ihr denn gegen Lobis Haus? Es ist einfach nur hässlich Guck mal, das Haus von Lobis, es ist ja kreativ, ne? Aber es ist halt Geschmackssache Wart ihr schon mal da drin? Das sieht auch gar nicht so schlecht aus Nee, also das Ding ist ja, das sieht auch wirklich nicht so schlecht aus Nur von Weitem gefällt's mir halt nicht Weil ich das halt lieber mag, wenn Häuser in Minecraft eine realistische Statik haben Und das hat halt dieses Haus nun mal nicht So, ich hab jetzt euren Multi-Twitch-Link gepostet Oh, danke, Manos Bitteschön Wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich jetzt nicht ausgenutzt oder so? Naja, freilich fühl ich mich ausgenutzt, das ist so ne Frage Ja, gut Naja, aber ich wollte auch, dass das Gefühl ankommt bei dir Ossi-Zocker, danke, du bist vollkommen Ach, der kommt von mir Der kommt von dir? Ja Wer abonniert, wer, 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 wer folgt, wer folgt, bittet dich Und heißt Ossi-Zocker Hä? Da bin ich ganz schön frech jetzt Wer heißt Ossi-Zocker? Wo kann der herkommen? Der kann doch von mir kommen Ja, du bist ja nicht ein echter Ossi Was? Du bist ja kein echter Ossi Hä? Wieso? Ja, weil du aus Thüringen kommst Was ist denn das? Das war ne Erklärung Stimmt Bei uns durch Thüringen ging ja damals die Mauer Ach ne, war Berlin Ja, wurde das getrennt in Ost- und West-Thüringen Aber Ossi-Zocker ist in Ordnung, merk ich mir Guck nur an Kein Problem, ey Ohne Scheiß Ne, ist in Ordnung Boah, bei mir brechen die Zuschauer Zahlen ein Das kann ja nicht wahr sein Sindst du nackt vorm Rechner, Anne? Muss ich gleich bei Twitch melden Ja, aber das sieht man leider nicht Also, beziehungsweise Twitch hat das ja verboten Darum Hab ich jetzt meine 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 Cam unterm Schreibtisch Hab ich ausgemacht Guck Ossi-Zocker schreibt Ossi-Zocker schreibt gleich bei mir im Chat Ha? Ossi Wo schreibt er denn? Ja, weil du geraged bist Ne, Ossi, geht so, Anne Ne, war nur Spaß War nur Spaß Aber ich bin lustig manchmal, gell? War nur Spaß Nur Spaß Wilde Aber das ist mein nächstes Projekt Ich glaube, ich mache jetzt hier unten meinen kleinen Hafen Als nächstes Hafen Ich zeige euch mal kurz was ich gemacht habe Ich hab hier die Hubey Halli Die bauen hier ein Zeug Ey Leute, leckt mich am Arsch Das ist nochmal Dann hab ich hier ein Schwein die haben sogar schon ein bett das ist natürlich heftig sollte auch ein bett machen ich habe keine wolle jetzt ohne scheiß ja warte mal dann besorge ich jetzt wollen wir aber ein großes ich mache dir so ein schwarzes lackbett wo ich mich auch geil